Hast du Tipps bei Angst vorm Zahnarzt? Habe bald wieder einen Termin und hatte letztes Mal dort im Sitzen liegen Schwindel, was unangenehm war. Vorher und hinterher war alles gut. Wichtig ist, dass wir hier so eine Plattform wie zum Beispiel diese Livestreams als sehr, sehr guten Kanalisierungseffekt für uns nutzen können. Denn, stellt euch mal vor, ich mache ein Video über Angst vor Schwankschwindel. Die Tipps und Gegebenheiten, die ich dir in dem Video mit auf den Weg geben wollen würde, sind in Bezug auf Angst vor Schwankschwindel für den Betroffenen mit Sicherheit sehr hilfreich. Das Wichtige ist, dass im Hintergrund eine Angst vorm Schwankschwindel wahrscheinlich in mehr oder weniger der gleichen Art und Weise entsteht, wie die Angst in Bezug auf den Zahnarzt. Und wenn der gleiche Hintergrundprozess bei dem das eine Thema bei dem anderen das Thema Angst vorm Zahnarzt evoziert hat, dann werden die Dinge, die ich ihm in der Situation empfehlen kann, die ihm helfen, dir, lieber Titus, bei dem Thema Angst vorm Zahnarzt genauso auch empfehlen können. Nur, du weißt ja nicht, dass du bitte auch in meinem Kanal nach dem Video Angst vor Schwankschwindel oder Schwankschwindel benommen hast. Schwindel, egal wie wir es jetzt gerade sagen. Woher willst du das wissen? Insofern ist natürlich hier dieser Prozess in dieser Plattform für uns besonders interessant, weil wir jetzt schnelle Hilfe für den Titus geben können. Wichtig ist die Angst vor dem Zahnarzt. Eine, da habe ich gerade gar nicht umschwommen, da gibt es mit Sicherheit einen Fachbegriff für. Es gibt ja zum Beispiel auch die Triskaideka, Paraskavedekatriaphobie, Triskaidekaphobie. Angst vor der Zahl 13, Angst vor dem Freitag, dem 13. gibt es. Und es gibt mit Sicherheit die Dentophobie, ja, Zahnangst. Wichtig ist aber hier nochmal, die diagnostische Reihenfolge zu beachten. Du erkrankst nicht an der Angst vor dem Zahnarzt oder vor dem Schwindel im Sitzen liegen und bekommst deshalb die Symptome, sondern die Symptome, die du hast, können wir mit einem solchen Begriff vielleicht ganz gut passend beschreiben. Es ist immer wichtig, im Hintergrund zu verstehen, was ist die Geschichte, die dazu geführt hat. Und deshalb auch für dich, lieber Titus, das unten verlinkte wichtigste, allerwichtigste Video für dich bitte einmal anschauen. Und dort ist ein Punkt mit drin, der eine ganz wichtige Rolle spielt, der da lautet, Wir glauben, was wir am häufigsten gehört haben. Wir denken, was wir am häufigsten gedacht haben. Unser Gehirn macht das, was es gesagt bekommt, nur dass es die meisten Dinge sich selber sagt. Und jeder von uns hat in seinem Leben die verschiedensten Erlebnisse. Und verschiedene davon sind besonders emotional für uns triggernd. Wie genau das, was du erlebt hast. In deinem Denken kommt dann, du liegst da, bekommst Schwindel, was ist, wenn ich gleich ersticke, weil die saugt nicht richtig ab, soll ich jetzt schlucken, voll peinlich, dass ich den gerade mit meiner Speicheldrüse ins Gesicht da, Visier gespritzt habe. Und das wird dich immer mehr unter Druck setzen. Und solche Situationen sind genau die Situationen, die emotional triggernd waren, die dein Kopf das nächste Mal im Automatismus wieder nach vorne bringt, dadurch die ganze Kiste an Quantität gewinnt und darüber dann spätestens das Ganze als zunehmend relevant für deinen Kopf betrachtet werden kann. Heißt, immer wenn du mal irgendwo zur Ruhe kommst, wird quasi dein Kopf direkt sagen, da war doch das letzte Mal, dass wir zahlen, was ist denn, was das nächste Mal passiert. Und dann bekommst du ein zunehmendes Hineinsteigern in deine Erwartungsängste. Ich kann dir jetzt noch nicht naturgemäß genau sagen, was genau ist dein Problem und wie löst du es. Das darfst du erst mal selber herausfinden. Und dafür schaust du dir auch mal das Video an, das sollst du dir bei einer Angststörung sagen. In dem Video ist der Titel ein bisschen irreführend, weil, also der konkrete Titel heißt Angststörung, was soll ich mir konkret sagen? Die Kernaussage lautet, unser Kopf ist nicht der Empfänger von Zaubersprüchen. Wir können jetzt nicht Hokuspokus, Zahnarzt, Dentus, Fotos sagen und plötzlich ist meine Angst vom Zahnarzt weg, so nach dem Motto. Sondern wir müssen uns individuell auf die Ebene bewegen, die dich bisher in deiner Situation immer wieder im Alltag entsprechend auch belastet. Deshalb ist die Kernaussage des Videos nicht, sage das und alles wird gut. Funktioniert sowieso nicht. Natürlich, derjenige, der auftritt und dir das so verkaufen möchte, der möchte Geld an dir verdienen und nicht dir helfen, so nach dem Motto. Und der möchte auch, klar, gibt es Leute, die können im Eskimo einen Kühlschrank verkaufen, aber der Eskimo ist auch nicht blöd oder der Inuit. Und der wird bei dem mit Sicherheit nie nochmal kaufen, wenn er gesagt bekommen hat, ich ziehe dich jetzt über den Tisch. Das macht keinen Sinn. Und deshalb versuche ich dir in diesem Video aufzuzeigen, welchen Prozess du jetzt gehen kannst, um das für dich selber herauszuarbeiten, mit welchen Affirmationen du arbeiten sollst. Und das ist jetzt auch mein nächster Tipp da drin. Ich kann dir jetzt nur mutmaßen, aber wichtig ist, mit dem Gedanken, dass der Zahnarzt stattfindet, finden in deinem Denken auf der mentalen Ebene ja Prozesse statt, wo dein Kopf dir sagt, beim letzten Mal ist das passiert, was ist, wenn das wieder passiert? Was ist, wenn es vollkommen schief geht? Was ist, wenn er bohrt und die Zahnwurzel wickelt sich um den Bohrer? War früher meine Angst, kann überhaupt nicht passieren. Sowieso. Egal. Der Punkt ist der, dein Problem existiert, weil in deinem Kopf Datenautobahnen angelegt sind, worüber sich immer wieder genau diese mentalen Prozesse abspulen. Und wenn du ein anderes Ergebnis haben möchtest, das ist der Abschlusssatz des allerwichtigsten Videos für dich. Du darfst dein Verhalten so lange verändern, bis du bekommst, was du willst. Und das, was du willst, ist ja hier oben ein anderer Gedanke, der zu einem anderen Gefühl führt gegenüber deinem nächsten Zahnarzttermin. Und jetzt müssen wir uns auf den eigenen Hosenboden setzen und mal kreativ werden. Und eigentlich nur eine Frage erstmal beantworten zum Thema, welche Affirmationen nutzt du, wie kannst du hier oben anfangen, mit dir selber in die Kommunikation zu gehen. Stell dir mal Folgendes vor. Wir gehen jetzt nicht von der Problem- und Beschwerdefreiheit aus, sondern lass mal überlegen, du hättest kein so großes Problem mehr zum Zahnarzt zu gehen. Du würdest jetzt auch nicht morgens aufstehen, dich total freuen, da hinzugehen, aber du würdest halt hingehen. Ja, mal angenommen, du bist halt irgendwann jemand in Zukunft, jemand, der sagt, ja, geh ich halt hin. Was wären die Denkmuster, die in Bezug auf den Zahnarzttermin dann anstehen würden? Und dann würdest du sowas denken wie, ach ja, da steht der Zahnarzt an, war beim letzten Mal nicht so angenehm, aber ich gehe trotzdem hin, dann habe ich es halt hinter mir. Punkt. Und das ist die Programmierung bzw. der Befehl für deinen Kopf, in das entsprechende Verhalten zu gehen. Was wir jetzt machen, ist zu überlegen, wie wären meine Gedanken, wenn ich im gewünschten Verhalten schon unterwegs bin, im Kontrast dazu, wie sie heute noch sind, wo ich mit dem gewünschten Verhalten einen quasi distanzierten Konflikt ja erlebe. Diese Definition sollte nicht zu weit weg sein. Wenn du jetzt hingestellt und sagst, ah, der Rick hat gesagt, ich muss mit zehnmal am Tag, über zehn Tage was haben und beim nächsten Mal freue ich mich, wenn ich zum Zahnarzt gehen kann. Das ist zu weit weg. Das ist zu viel Widerstand, ja. Wenn du dir das bisher immer eingeredet hast und sollst dir jetzt das hier suggerieren, das ist in der Regel diametral zu weit weg, werden wir nicht machen. Deshalb, eure Affirmation darf ein Bindeglied sein zwischen dem heutigen Zustand, wo ihr ein Problem mit einer Sache habt und einem zukünftigen Zustand, wo es nicht himmelhoch jauchzend ist, aber ein bisschen weniger schlecht und vielleicht gerade so viel, dass ihr in Bewegung kommt und euch auch Tipp von eben, Nikolai, geh hin, sprich mit dem Zahnarzt offen über deine Ängste und ihr werdet mit Sicherheit eine gute Lösung finden, wie der Aufenthalt für dich angenehm gestaltet werden kann. Eben gerade auch, vielleicht verschwindet schon ein Großteil der Problematik, wenn du anfängst, anders damit umzugehen. Schau dir mal das Video zum Thema Gehirnlogik versus Erwachsenenlogik an. In dem Video beschreibe ich auch, dass es meistens schon ausreicht, einfach nur anders mit dem eigenen mentalen Problem umzugehen. Wir müssen es gar nicht lösen. Wir glauben immer, wir müssen es komplett lösen und wir müssen uns davon distanzieren und wir müssen Abstand finden, damit es irgendwie aus meinem Leben raus ist. Brauchen wir in aller Regel gar nicht. Normalerweise reicht es schon, anders mit einer Sache umzugehen. Deshalb, lieber Titus, du kannst dir auch mal, das passt dir noch ganz gut, zusätzlich noch das Video zum Thema Affirmationen anschauen. Und zwar, so nutzt du Affirmationen richtig. Und dann ersetzt du einfach deine mentale Ebene, die mit dem, okay, dann gehe ich halt zum Zahnarzt, verbunden wäre. Und dann ersetzt du quasi aus meinen Vorschlägen aus dem Video, wo ich sage, so kannst du mit dem Rauchen aufhören. Und dann solltest du nach kürzerer Zeit schon, unser Gehirn reagiert nicht auf Länge, sondern auf Quantität, auf wie oft erlebst du dann andere Affirmationen. Und schrittweise prägt euch den Begriff ein, iterativ aufeinander aufbauend, schrittweise aufeinander aufbauend, wirst du merken, wenn du da einige Zeit, kurze Zeit, wir reden über Tage, wir reden nicht über Monate oder Jahre, kurze Zeit konsequent trainiert hast, die positive Veränderung erleben.